willkommen zu passives einkommen mit peer to peer und heute kommt das video aus taiwan wo ich mich gerade befinde ich hoffe es gibt heute nicht allzu viele nebengeräusche aber schauen wir mal ja heute geht's um debitor network was lange währt wird endlich gut schon vor einigen monaten haben fleißige leser die peer to peer plattform debitor network in meiner plattform aufteilung entdeckt die du auf meiner über mich seite findest und tatsächlich bin ich so gut wie investor der ersten stunde und habe viele nachrichten bekommen warum ich darüber nicht schreibe nun das hatte vor allem den grund das debitor network bis vor einigen monaten in meinen augen noch total unbrauchbar für ein peer to peer investment war nicht unbedingt weil das geschäftsmodell nichts taugt sondern vielmehr weil das interface einfach schrecklich überladen war zudem wurde das ganze noch vermischt mit einer eigenen kryptowährung wo ich einfach nicht verstanden habe worum es dabei überhaupt geht und da sage ich echt nur besten dank das hat sich aber mittlerweile geändert aber reicht das aus um langfristig in meinem portfolio zu bleiben das wollen wir heute mal herausfinden und damit viel spaß beim heutigen beitrag übrigens gibt es am ende des artikels heute wieder mal einen deal für neue investoren und der ist richtig interessant also bleibt unbedingt dran aber was ist das debitor network eigentlich debitor network wurde erst ende 2018 über eine ice gegründet und das team sitzt in wilnius in litauen und nicht wie so viele andere im bekannten rega in lettland ein bisschen rega ist aber dennoch mit drinnen denn dort ist debitor network offiziell filmiert die plattform mit dem schicken lila design ist ähnlich wie mentors wie ventor oder auch pierberry einen marktplatz und vergibt keine kredite selbst zudem gibt es keine konsumkredite sondern ausschließlich geschäftskredite zu holen debitor network will sich von anderen plattformen absetzen indem sie auf eine dezentralisierung setzen das bedeutet dass die funktionsfähigkeit aus verschiedenen externen komponenten bereitgestellt wird einem rating dienstleister zum beispiel für die einzelnen kredite der sagt du bist kredit c du bist kredit a etc wobei ich mir hier persönlich nicht sicher bin ob nicht jeder marktplatz irgendwie so verfährt und nur diese hier ist explizit erwähnen aktuell hat man schon über 2400 investoren was für das alte des unternehmens nicht so wenig ist wie es klingt wenn man es mal mit einer plattform wie zum beispiel du feines vergleicht aber das soll fürs vorgeplänkel hier reichen ich blende die hier nochmal die kleine vorstellung der plattform selbst ein und dann geht es los peter ist looking to invest his savings and earn extra money he wants to earn at a higher rate than at his bank peter finds debitum network here he can invest into businesses globally businesses that need money to grow acquire loans instantly from local brokers in exchange for collateral before a loan is made available it is assessed by an independent third party risk assessor providing extra safety to peter peter signs up through an easy registration form he selects available loans from a simple list available business loans are short-term investments hence peter receives quick and continuous earnings while often having access to his investment moreover peter is calm about his investments as they are guaranteed by running businesses additional collaterals and a buy-back guarantee from the broker join peter and try investing in business loans on debitum network das soweit die vorstellung vom unternehmen selbst aber warum debitum network der grund warum diese p2p plattform in meinem portfolio damals gelandet ist ist sicherlich nicht die rendite dazu später mehr sondern die tatsache dass die nicht ganz litauische plattform anders verfährt als die üblichen marktplätze eigentlich dachte ich dass sie wie oder savi die erste litauische plattform in meinem portfolio wird aber auch die ist aktuell nicht wirklich brauchbar zumindest nicht wenn man wenig zeit mit dem p2p investment verbringen möchte so wie ich das ganz gerne bevorzugeben zudem investieren wir hier ausschließlich in geschäftskredite nach dem marktplatz prinzip ich persönlich finde es vom gedanken her immer lohnenswerter in produktiv kapital zu investieren anstatt konsumkredite zu unterstützen daher ergänzt die debi tun p2p plattform wunderbar mein aktuelles gesamtes invest aber werden wir mal konkret wie investierst du auf debi tun network hast du den anmeldeprozess einmal durchlaufen kommst du auf deinen dashboard was vermutlich ähnlich dem meinen aussehen sollte wenn du jetzt gerade den podcast hören solltest und nicht das video siehst dann kann ich dir das nur empfehlen es ist in den show notes verlinkt dann siehst du auch genau was ich da mache ja auf deinem dashboard hast du den vollständigen überblick wie es um dein investment steht und es ist immer deine erste anlaufstelle ähnlich wie zum beispiel auch auf minters darüber hast du eine navigation mit den bekannten menüpunkten in den vermögenswerten siehst du alle aktuell investierbaren darlehen das ist der ort wo du manuell investieren könntest wenn du das gerne machen möchtest anfangs lohnt es sich auf jeden fall ein blick in die liste zu werfen um ein bisschen ein gefühl dafür zu bekommen was für kredite auf debi tun network eingestellt werden sind zum beispiel nicht kleine short term loans oder payday loans wie das jetzt zum beispiel von von mintos oder pierberry kennst sondern das sind tatsächlich ziemlich große darlehenssummen um die 10 20 70 manchmal über 100.000 euro unter meine investitionen siehst du deine eigenen investments die du oder der auto invest investiert haben unter mein saldo kannst du dir deine statistiken anschauen und den kontoauszug erstellen um zum beispiel deine zinsen in portfolio performance einzutragen es geht auch wunderbar schnell da kannst du dir eine excel datei herunterladen wo das alles drin steht und ich habe jetzt zuletzt noch mal ein tausender nachgelegt und der wurde auch schon vollständig investiert dann natürlich eine der königsfragen vor allem für mich gibt es einen auto invest gott sei dank ja kann ich nur sagen sind zuletzt mit crowdestor und reinvest 242 investments hinzugekommen die noch keinen auto invest haben ist debi tun network endlich wieder eine p2p kredite plattform mit diesem für mich sehr wichtigen feature denn wie du weißt versuche ich investments zu vermeiden die ich nicht mittelfristig vollständig oder fast vollständig automatisieren kann aber schauen wir uns mal die einstellung im detail an gehst du auf den menüpunkt auto invest auf debi tun network hast du zunächst die möglichkeit eines von drei vorgefertigten portfolios zu aktivieren das kennen wir auch schon von anderen plattformen wie mentors etc das machen wir jedoch nicht sondern wir definieren unseren eigenen indem wir einen neuen planen erstellen das habe ich natürlich schon gemacht und wir schauen uns jetzt einmal meine einstellung an beginnen kannst du hier mit der kreditwürdigkeit hier kannst du nach dem rating filtern was von einem externen dienstleister ich glaube es ist korrefy festgelegt wird ich greife hier wie immer alles ab so mache ich es eigentlich auf jeder plattform und bin damit noch niemals schlecht gefahren darunter kannst du den zinssatz einstellen und zwar von 3 bis 16 prozent anfangs lag ich hier unter 10 prozent aktuell mag ich hier aber nichts mehr unter 10 haben was die auswahl recht gering macht wie du hier auf der rechten seite sehen kannst das ist ja ein feature was viele schmerzlich auf dem windows vermissen was jetzt glaube ich wieder eingebaut haben aber hier kannst du halt immer sehen was deine einstellung im auto invest selbst für auswirkungen auf die verfügbaren kredite haben dann kannst du die darlehensanbahner auswählen auch hier wähle ich aufgrund der diversifikation alle wenn man ihn nur so wenig anbahner auf einer plattform hat ist das in meinen augen sogar unerlässlich und wir sehen hier auch dass der jetzt wahrscheinlich recht bekannt darlehens anbahner a40 auf der plattform ist aber dazu später mehr auf der rechten seite haben wir dann noch die maximale darlehens laufzeit in tagen wie immer ist mir das total egal da ich so langfristig investiere und daher lasse ich es frei darunter findest du die möglichkeit nur in kredite zu investieren mit der rückkaufgarantie das habe ich angewählt nicht weil ich es besser finde sondern einfach nur weil ich ein bisschen planbarkeit in meinem möglichen cashflow jeden monat haben möchte dann haben wir ein punkt der heißt maximaler planwert und das hat debitum sehr clever gelöst wie ich finde anstatt nämlich jedes mal einen betrag angeben und anpassen zu müssen bis zu dem maximal investiert wird kannst du es hier prozentual eingeben 100 prozent heißt automatisch das immer alles investiert werden soll zinsen neu investieren sollte bekannt sein und ja natürlich wollen wir die rückkehrenden zinsen direkt erneut investieren zumindest ich denn wir machen keine gefangenen danach kommt der punkt investition in ein asset und das ist der betrag der minimal und maximal in einen kredit investiert werden soll passend zu meinem portfolio und meiner ein prozent regel wähle ich hier 20 bis 30 euro aus der letzte punkt ist vermögenswerte einbeziehen in die du bereits investiert hast hast du mehrere auto invest strategien laufen kannst du hier übersteuern ob dennoch investiert werden soll obwohl vielleicht bereits schon über eine andere strategie investiert wurde der schalter steht bei mir auf ja ist aber unerheblich denn ich habe nur diese eine strategie laufen aber auch sonst fällt das finde ich bei einer bestimmten anzahl von krediten nicht mehr so ins gewicht wie man auch auf anderen plattformen sieht bei denen nicht schon länger investiert bin und auch parallel auto invests oder mehrere auto invest laufen habe dann können wir auch gleich die frage klären wie hoch das mindest investment auf debitum network ist und das sind zehn euro pro kredit was mittlerweile so als standard bei den meisten peer to peer plattformen gilt jetzt ausgenommen vielleicht die immobilien plattformen dann kommen wir mal zu den kosten von debitum network das investieren auf debitum network ist wie von den meisten peer to peer plattformen gewohnt kostenfrei aber soll wohl eine kleine gebühr beim zahlungsdienstleister geben die auf die investoren umgelegt wurden jedes mal wenn du eine auszahlung tätigst fällt so wie ich das verstanden habe ein euro an ich selbst habe das aber noch nicht getestet da ich noch nichts habe auszahlen lassen für jemanden der langfristig investiert und auch entsprechende summen platziert sollte das aber eigentlich unerheblich sein das könnte nur dann ärgerlich sein wenn du anfängst ständig ja gelder von plattform zu plattform hin und her zu überweisen es gibt aktuell auch keinen sekundärmarkt auf dieser peer to peer lending plattform und das wohl aus gutem grund da es scheinbar als hürde in der lettischen regulierung gilt und soweit ich das verstanden habe strebt debitum network eine offizielle broker lizenz in lettland an so die aussage der plattform selbst soll aber in zukunft ein feature geben welches den gleichen oder einem ähnlichen zweck erfüllen wird und an ein loyalty programm gekoppelt sein wird und natürlich gibt es auf der plattform auch eine rückkauf garantie wie du jetzt eben schon mitbekommen hast bei den einstellungen des auto invest also einfach einstellen und fertig ist die kiste und dann kommen wir zu einem etwas größeren thema und einem thema darauf die bitum network auch sehr viel wert zu legen scheint und zwar die sicherheit und hier müssen wir zwei aspekte ansprechen auf der einen seite die technische sicherheit und auf der anderen die investment oder investoren sicherheit bei der technischen sicherheit macht die plattform einen so guten job wie ich es lang nicht mehr gesehen habe eine vollständige und autarke identifizierung per reisepass oder personalausweis ist erforderlich und möchtest du geld abheben musst du sogar die zwei faktor authentifizierung aktivieren hier konnte ich auch gleich einmal den support testen weil ich einen kleinen fehler gemacht hatte und mich nicht mehr einloggen konnte ja aber dieser antwortete mir in weniger als fünf minuten und es gibt auch eine ticketnummer auf die man sich beziehen kann et cetera und das ding war schnell gelöst der eindruck den debitor network hier abliefert ist wirklich hoch professionell finde ich gegenüber anderen plattformen und hier auf meinem blog siehst du einmal den identifizierung prozess im detail falls es dich interessiert also da haben sie sich wirklich ein paar gedanken gemacht was die investoren sicherheit anbelangt setzt debitor network auf sogenannte asset backed loans also kredite die mit echten vermögenswerten als sicherheit mehr vertrauen schaffen sollen du kannst das meist auch direkt in den krediten sehen was als sicherheit hinterlegt wurde und auch wenn es mit a forty etwas unglücklich lief setzt debitor network auch beim onboarding eines neuen darlehens anwarners auf sicherheit wer sich mehr für den due diligence prozess der pdp plattform interessiert der kann in meinem auszug den ich dir auch noch mal auf dem blog verlinkt habe noch ein bisschen was lernen und wir ein bisschen mehr verstehen was die plattform tut um einen neuen loan originator auf die plattform zu holen dann kommen wir mal zur rendite auf debitor denn sicherheit hat leider ihren preis könnte man denken circa 9,4 prozent beträgt nur die aktuelle durchschnittliche rendite auf der pdp plattform in anbetracht dessen aber was man bekommt und wie es aktuell läuft empfinde ich das momentan als angemessen wenn du mein blog schon länger verfolgt weißt du aber auch dass ich jetzt eher weniger auf das letzte prozent rendite schaue sondern mir eine gesunde diversifikation viel wichtiger ist und meine aktuelle rendite beträgt ca 9,3 prozent also ich liege da fast im durchschnitt und ja was war eigentlich mit den kryptos los was ich eben erwähnt hatte der sogenannte deb token wo du hier und da noch informationen im internet zu findest wurde für das funding der plattform genutzt und derzeit wird er nur für wenige interne prozesse verwendet so die plattform selbst allerdings entwickeln sie aktuell premium features die deb inhaber und loyale nutzer mit der möglichkeit belohnen bestimmte funktionen freizuschalten immer gespannt wie das dann in zukunft aussehen wird jetzt kommen wir noch zu einem sehr interessanten thema und zwar dem umgang mit dem a40 fall die meisten von euch sicherlich mitbekommen haben gab es nämlich auf den plattformen mentors wie vento und auch debito network probleme mit dem dardienst anbahner a40 aus polen wenn dem fall nicht vertraut ist kann das thema noch mal auf dem windows blog nachlesen den entsprechenden artikel habe ich euch auf meinem blog noch mal verlinkt ja und während mentors und wie vento recht passiv waren und auf eine lösung des problems an der a40 front setzten was ja auch funktioniert hat gegen debito hier ein bisschen anders vor denn anstatt abzuwarten ging man für a40 in vorleistung und übernahmen die ausstehenden zahlungen an ihrer stelle was ich persönlich ziemlich beachtlich fand im nachhinein als ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe war es aber irgendwie auch eine pflichtaufgabe für debito denn sie sind nicht in der komfortablen situation wie mentors und wie mentor dass sie schon etliche anbahner haben und jahrelang am markt etabliert sind denn stellt euch jetzt mal vor a40 wäre wirklich ausgefallen was das für debito network bedeutet hätte in der aktuellen unternehmensphase oder in der aktuellen wachstumsphase vermutlich wäre es nicht so gut gewesen um es mal ganz milde auszudrücken ja manchmal habe ich das gefühl meine beiträge werden irgendwie immer immer länger daher hier fast am ende nochmal für dich alle vor und nachteile der plattform aus meiner sicht zusammengefasst kommen wir als erstes zu den nachteilen also man darf nicht vergessen dass wir es hier noch mit einer sehr sehr jungen plattform zu tun haben die noch voll in der entwicklung steckt dann ist debito nicht die absolute rendite rakete also es ist jetzt auch nicht ohne die circa 9 4 prozent aber man kriegt auf anderen plattformen muss man einfach sagen deutlich mehr es gibt keinen sekundärmarkt für mich ist das kein problem aber ich weiß aus meiner community dass viele den sekundärmarkt gerne haben und dort auch ganz gerne investieren dann ist die plattform leider nicht in der tiefe ins deutsch übersetzt also wenn ihr jetzt in die kredite selbst schaut dann werdet ihr sehen dass die beschreibung unten dann doch alle dann oft noch auf englisch sind das ist ein bisschen schade aber ich kann auch verstehen dass es extrem viel arbeit ist die ganzen kreditbeschreibungen ins deutsche zu übersetzen und der letzte nachteil aus meiner sicht ist es halt eine abhebegebühr gibt die abgesehen von und dora go and grow relativ unüblich ist aber es gibt gott sei dank mehr vor als nachteile also mir persönlich hat der umgang mit dem a 40 fall ziemlich gefallen also das hat man aus deren seite sehr sehr gut und doch vor allem schnell für die investoren gelöst dann investieren wir hier in geschäftskredite statt konsumkredite und damit in produktiv kapital die plattform ist mal eine runde litauen statt lettland oder überwiegend zumindest auch wenn die firmierung natürlich in lettland stattgefunden hat es gibt kontoberichte zur unterstützung von portfolio performance und die funktionieren einwandfrei das war übrigens in der ersten version auch noch nicht so da konnte man sich alles schön per hand raussuchen besten dank der nächste punkt ist der aufwand für das plattformmanagement ist aus meiner sicht echt minimal also wenn du das ding einmal eingestellt hast dann läuft es halt klar ich checke wie jede plattform einmal im monat nach wenn ich meine zinsen eintragen portfolio performance aber das war's und das ist in ein paar minuten gegessen oder ein paar sekunden manchmal schon ja dann haben wir auf der plattform die rückkaufgarantie wir haben aber auch die möglichkeit in kredite zu investieren wo es keine rückkaufgarantie gibt also da hast du halt die qual der wahl und mir gefällt die plattform mit dem neuen design richtig richtig gut also die alte version war wirklich die absolute katastrophe fand ich aber jetzt die neue version ist extrem aufgeräumt und super schnell alles einfach zu finden richtig richtig gut und der letzte punkt ist der hohe sicherheitsstandard ihr habt vielleicht auch schon von euren banken mitbekommen immer mehr setzen auf zwei faktor authentifizierung et cetera auch bei den p2p plattform kommt es immer mehr und ja hier ist debito network wirklich schon super gut dabei setzt alles voraus und ja das ist eine super sache als kleines fazit vielleicht debito network ist jetzt die dritte von vier plattformen die ich 2019 in mein portfolio aufnehmen möchte die vierte und letzte siehst du im vierten quartal auf meinem blog und auch hier werden wir uns wieder vom baltikum ein bisschen entfernen in meinem aktuellen peer to peer plattform rating reiht sich debito network auf d plus ein und gesellt sich zu peer to peer plattform wie gruppier und swapper nach dem rating update im kommenden januar wird es hier aber nochmal eine veränderung geben das kann ich euch schon mal sagen ja debito network ist für mich eine sehr interessante plattform und ich bin froh die entwicklung von beginn an mitgemacht zu haben um heute die sicherheit im investment zu haben so habe ich auch ständig live zum beispiel mitbekommen was dort für die sicherheit der investoren gemacht wird und ganz ehrlich vergleiche ich das zum beispiel mit robo cash oder fast invest man da liegen echt lichtjahre zwischen wobei ich jetzt fast invest auf gar keinen fall auf eine stufe mit robo cash stellen will auch dazwischen liegen wieder welten aber ich denke mal ja du weißt was ich meine sehr cool finde ich übrigens auch den blog der peer to peer plattform wo es immer wieder nette infos gibt und der auch regelmäßig gepflegt wird schau da unbedingt mal vorbei debito network ist übrigens ganz klar auf langzeit investoren ausgelegt wenn du lieber kurzfristig investiert und hohe renditen erwartest dann nutze lieber andere plattformen für alle anderen die richtig bock auf dem network haben für die habe ich jetzt noch was besonderes ich konnte im vorfeld mit der peer to peer plattform exklusive sonderkonditionen ausmachen die dir bei deinem start helfen werden und das gibt es für dich erstens du bekommst dauerhaft fünf euro bei der anmeldung über meinen link gutgeschrieben ohne mindest invest also ähnlich wie bei und dora und auch schon bei wir invest der zweite punkt ist fünf zufällige personen bekommen 50 euro gutgeschrieben was du dafür tun musst teile deine meinung über debito network jetzt in den kommentaren und jeder abgegeben kommentar bis ende oktober zählt sofern du dich über meinen link angemeldet hast den du auch unter meinem video im podcast oder auch auf meinem blog findest den gewinner werde ich oder debito network dann persönlich in den kommentaren anschreiben und alles weitere geht dann per mail und als letztes gibt es auf debito network auch ein sehr sehr cooles freunde werben programm wo auch du verdienen kannst registriert sich jemand nämlich über deinen freunde link und investiert mindestens 250 euro bekommst du 10 euro bonus also da kann man mit sicherheit noch ein bisschen was machen wenn dir debito network zusagt du starten willst und mein projekt unterstützen möchtest dann melde dich jetzt über meinen link an ich freue mich über eine diskussion in den kommentaren damit wünsche ich dir ein schönes wochenende und bis zum nächsten mal und denke mal dran den kanal zu abonnieren